Hallo, da bin ich, der Guzoa. Aber für alle, die mich nicht kennen, kommt jetzt erst mal das Intro. So, da bin ich. Und zwar möchte ich wieder, wie gesagt, so ein bisschen back to the roots. Also erstens, ich habe mich dazu entschieden, meine Base komplett auszumexen, bevor ich wirklich ansatzweise in Rathaus-Szene gehe. Dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt hat man wirklich alles. Also wirklich alles. Also ich werde auch die Mauern komplett maxen, auch wenn ich da irgendwie bis Level 200 dran sitze, drauf geschissen. Weil ich da irgendwie ein bisschen mehr Sinn drin sehe als alles andere. Ja, und dann würde ich garantiert mal sagen, habe ich da irgendwie am Ende dann zwei Jahre irgendwie im Rathaus-Neun verbracht. Aber egal. Ich möchte euch zeigen, dass ich... Genau, genau. Hier, das können wir mal wieder vergleichen. Das ist doch cool, alles löschen. So, gucken wir mal. Jetzt bin ich genau... Hier, schaut mal her. Jetzt bin ich bei 90 Achtermauern. Notiere ich mir mal, einfach so, dass ich schon mal weiß, okay, ja, passt, alles cool. So, bei 90 Stück. Und dann habe ich eben schon angefangen, also den inneren Kreis habe ich ja schon durch. Und dann habe ich hier eben schon angefangen. Da, 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 da. Da, immer diese Eckstücke, die eben besonders wichtig sind, halt schon ein bisschen angefangen, ähm, dass man da was machen kann. Und jetzt wurde ich gerade richtig dolle gefickt. Ähm, guckt mal, ihr seht es ja jetzt gerade selber hier vorher. Ja, die haben sich halt einfach nur das Rathaus gezogen und fertig war und alles cool. Dann haben sie hier noch ein bisschen geblitzt. Naja, gut, okay. War nicht weiter wild. Jetzt haben sie das Blitzen sein gelassen, weil ich ja dann die Queen im Update habe. So, aber der hier wollte es mal richtig wissen. Und schauen wir mal, was da so alles passiert ist. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Geile Base. Oh, ist ja meine. So, gucken wir mal. Also Schweinchen. Weil, wie gesagt, ist für mich auch immer richtig interessant dann zu sehen. Alter Falter, habt ihr das gesehen, alter Tesla. Tesla for the win, alter Tesla for the win. Okay, ähm, also sieht man hier wieder, äh, ja, da ist die eine Bombe. Ja, okay, aber guckt mal, das hat ja schon mal immerhin ein bisschen was gebracht. Klar, Heal Spell wieder gedroppt und so weiter und so fort. Aber, äh, da sieht man wieder, ähm, hätten da beide nebeneinander gelegen, dann wäre das Hock-mäßig richtig gut abgegangen. Aber, okay, so. Schauen wir mal. Ah, der, ja, der hat sich eben so durchgehealt. Ja, okay. Ja, da aber auch wieder und aber wieder schön in hier. Also, ähm, muss ich die Riesenbomben halt einfach ein bisschen anders platzieren. Aber so soll es da einfach mal sein, dass man sieht, okay, da und da hat man die Fehler halt gemacht und fertig ist. So, jetzt, ich würde gerade sagen, also noch hat der ja nicht wirklich was gezogen, aber da ging es jetzt ab. Hat er mich ein bisschen ausgenommen, was aber nicht wetterwild ist. Okay, passt. Ähm, gut. Gut. Ja. Und ich nehme auf, aber bin angreifend. So, ähm, jo, ja, wie gesagt, ihr werdet gleich wieder weggeskippt und mir tut ein bisschen der Rücken wie, aber egal. Ähm, so der Nackenbereich halt eben immer. Aber es ist halt Leben. Okay, viel Glück, ja, werde ich brauchen. Ähm, ja, RF hat mich dazu rausgefordert. Ich starte jetzt einfach mal Pokimäßig was. Äh, hier, ich, ich schreibe mir das nochmal kurz auf. Also, 15 Uhr, bummelig. 15 Uhr. Jeder, der mitmachen will, kann natürlich auch mitmachen, aber dafür ist es jetzt eigentlich jetzt schon zu spät. Nee, ach, egal. Einfach nur, ich gehe einfach hoch. Ich gehe einfach hoch und esse nebenbei mein Joghurt. Ähm, reingehauen, ich skipp euch erstmal durch, bis ich was Schönes habe. Bis gleich. Hat gar nicht lange gedauert. Ähm, ich überlege, ob ich vorher nochmal ein paar... Nee, egal. Hier, einfach mal gucken. So. Lass da ein bisschen auch auf die Tesla losgehen. Und dann ist das, denke ich mir... Achso, ich sehe gerade, ich habe den Minenwerfer voll verpeilt. Aber, äh, ja, sollte kein Thema sein. So, jetzt halt eben nochmal gucken. Kriegen wir noch irgendwo... Hier, ich könnte nochmal kurz gucken hier. Haben wir hier nochmal ein bisschen was... Ja, das lohnt sich gar nicht. Also, das brauchen wir nicht weiter machen. Müsste ich nur im Lager nachgucken. Blitzen lohnt sich hier auch nicht bei dem bisschen. Egal, also haben wir wieder ein bisschen was Punkte gemacht. Ähm, ich könnte eventuell noch die Kaserne pushen. Aber, ach, so, so, ich die Bock habe ich da auch nicht drauf. Ähm, Game King Dain... Ähm, ganz einfache Sache. Ähm, muss, muss ich sagen... Game King, du darfst mich gerne eines Besseren belehren, ob es meine persönliche Entscheidung ist. Du schaffst es nicht. Ähm, das ist... Nicht, nicht negativ. Hier, äh, hier... Hast nichts drauf oder sowas. Nein. Ähm, die Sache ist die... Gucken wir mal kurz rein. Ist... Das ist auch nicht, nicht wenig. Brauchen wir nicht drüber reden. 2.400 Pokis sind in Ordnung. Das ist, ist gar kein Ding. Aber, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also, ich habe da gesessen... Oh, scheiße, hier die letzten paar Pokis, bis ich da, äh, 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 in Meister war. Also, da ist nicht lustig. Echt nicht. Und jeder, der Meister war, sage ich jetzt mal, ähm, Townhall 9, der weiß, dass das... Ja, also, ich, ich sage mal so, 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 einfach mal aus dem... Ja, mir schütteln ist eigentlich nicht. Finde ich. So, hier. So, bis gleich. Reingehauen. Diese Base hat mein, äh... Ah. Nee, hat sie doch nicht. Weiter. Ich dachte schon, äh, könnte man knacken. Aber... Wegen dem Loot halt. Aber, ähm... War mir jetzt... So viel Buris habe ich auch nicht. Da muss ich... Ich muss wirklich jetzt irgendwas haben, was wirklich ganz easy zu snipen ist. Naja, dann sehen wir uns gleich. Ähm... Hier ist dann wieder was ganz anderes. Ähm... Nicht snipen angesagt, sondern, äh, 50% machen. Ist halt so eine Sache, wo ich sage, ach, komm, hier... Die kriegen wir hier voll. Und dann haben wir halt eben wieder... Ich meine, das Dunkle ist natürlich ein Witz. Und auch so grundsätzlich ist es eigentlich ein Witz. Aber egal. Äh, es macht halt auch Spaß. So, jetzt sind wir irgendwie bei... Müssen wir 25% ungefähr, müsste man da sein, wenn man, äh, um und bei die, die, äh... Minen und Sammler da killt. Ja, die Armeelager hier. Wenn die nicht vom Tesla noch beschützt werden, passt. Sollte so in Ordnung sein. So. Hauen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Ich möchte eigentlich den King nicht benutzen. Aber mal schauen, was da so geht. Ja, wie gesagt, also ich kriege ja jetzt immer wieder die Anfrage, oh, bitte Bogencheck, bitte Bogencheck. Ähm... Aber wie gesagt, ich denke auch, dass es wirklich für alle insgesamt qualitativ erstmal besser ist, dass ich mich wirklich so ein bisschen mehr auf das eigene Spiel konzentriere. Erstmal wirklich, dass ich sage, ja gut, okay, hier, so und so sieht es momentan aus. Das und das ist die Challenge. Oder wie auch immer. Ähm... Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, jetzt könnten wir, wir könnten, wir könnten... Achso, ja, da ist eh nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo eine Bauhütte haben. Hätte ja sein können. Kaserne und Boogie-Turm. Ja, ach, egal. Obwohl, ich könnte den noch Ragen, den King. Den King könnte ich auch Ragen. Hier und dann am Ende zack, zack, zack. Und dann noch schnell beenden, drücken und dann ist gut. Zack, zack und weg ist er. Dafür ist der King halt natürlich eine richtig geile Geschichte. Ähm... Warum hast du den King erst auf 5? Weil ich ihn scheiße finde. Im Gegensatz zur Queen, die ich mittlerweile jetzt auf 10 baue. Ähm... Ja, also... King... Queen... Also, das ist halt, ähm... Für mich... Ja, es ist der beste, das beste Beispiel. Barbarenkönig, sagt der Name schon. Das ist halt ein Barbar. So, hm, hm, hm. Und, äh, ein Boogie-Queen. Ich liebe die Boogies. Warum gibt's keine Kobold-Queen? Hä, hä, hä? Erzählt mal. Warum gibt's keine Kobold-Queen? Das wär doch mal so geil. Ey, Supercell. Hier, ich muss mal wieder telefonieren. Hallo, Supercell. Hallo, hallo. Hier, äh, Kobold-Queen. Wär natürlich mega geil. Wär mega lässig. So, was haben wir hier? Posteingang. Nee? Nein, kein CV. Kein CV. Hä? Warum auch? Wie sind's im Poké-Jagen hier drin? Ähm, egal. Äh, ja genau. Also, äh, was würdet ihr davon halten? Also, ihr habt natürlich euren Spickzettel wieder dabei, so wie ich den dabei habe. Ähm, und könnt euch jetzt natürlich aufschreiben, warum ihr gerne... Oder was würdet ihr lieber haben? Würdet ihr vielleicht... Äh, hier... So... Einen Magier-König haben wollen, oder wie auch immer. Oder einen Päcker-König, oder... Whatever. Wär mal ne coole Sache. Nein. Tut mir leid. So, weil es einfach zeitlich nicht machbar ist. Und wie gesagt, weil es, glaube ich, auch... Das ist sonst zu viel. Habt da bitte Verständnis für. Ähm, noch ne andere Sache. Jetzt, da muss ich... Das kann ich aber auch... Ja, genau, das zeige ich euch direkt. Das machen wir gleich so. Clash of Clans Wiki. Da gehen wir... Wiki, Wiki, hey, Wiki, hey. So, da gehen wir da rauf. Clash of Clans Wiki. Und wir haben... Gebäude... Was wollte ich denn jetzt? Boah. Da. Ging um den Minenwerfer. Und zwar, ähm... Gebäude. Und dann haben wir Verteidigung. Und dann haben wir da den Minenwerfer. Möchte ich gerne nochmal kurz reinschauen. Äh, mit euch. Und zwar geht's darum. Ich habe jetzt Level 4. Baue auf 5 auf. Und da unten steht was Schönes drin. Level 5, 8 und... Ach, okay, ist noch gar nichts. Also, da brauche ich ja gar keine Angst haben. Ähm... Das ist ja mal ganz ge... Ach, ne, ganz gechillt. Ich war da noch ganz andere Preise gewohnt. Dann könnte ich eigentlich... Ja, klar, logisch. Dann grade ich den jetzt noch ab. Weil... Ich es kann. Also, klar. Weil ich die Kohle da habe. Und, ähm... Ja, da mache ich das momentan so, dass ich für das Gold halt eben... Ja, verteidigungsmäßig halt eben upgrade. Und fürs Elixier nehme ich die... Oder für das Elixier, was ich habe, mache ich die Mauern halt neu. Und dann, äh... Ist das eine coole Sache. Aber ich skipp euch jetzt mal wieder durch. Reingehauen. Ähm... Mir kommt gerade der Gedanke, dass wenn ich den Minenwerfer jetzt upgrade, momentan schon, dann könnte ich es eigentlich auch mal machen, dass ich jetzt, äh... Die Base nochmal kurz ein bisschen umstelle. Bloß jetzt ist natürlich die Frage, die... Ich würde... Also, gerade schon mal nach diesem Hock-Angriff, klar, würde ich natürlich auch gerne sagen, ich würde die komplett umstellen. Aber ich mache erst nochmal einen Angriff. Und, äh... Wenn ich dann komplett alle Truppen verbraten habe, dann habe ich genug Zeit, kann mir da wirklich alle Zeit der Welt lassen. Und kann dann richtig bauen. Weil wenn ich denke, oh, ich könnte ja eigentlich schon wieder, ähm... Was anders machen. Beziehungsweise, ähm... Einen Angriff machen. Und ich verpasse ja irgendwas. Dann ist das ein bisschen ein blödes Gefühl. Ähm... Ja... Vielen Dank nochmal, äh... An alle wegen dem... 5K-Abo-Special. Da gucke ich gerade rein, da bin ich... Immer... Oh, da kommt eine Nachricht. Dann... klicke ich euch mal wieder weg. Bis gleich. So, diesmal vergesse ich nicht, die, äh... Aufnahmetaste wieder zu drücken. Das ist ja schon das Öfteren passiert. Dann mache ich gerade einen Angriff. Oh! Schade, habe ja gar nicht... Pause wieder zurückgedrückt. Ihr seht, ich halte mich eisern bei den... 1000 Juwelen um und bei. Weil man ja doch ein bisschen was noch dazu bekommt. Und wie auch immer. Mit der 5. Bauhütte, das habe ich, wie gesagt, nur eh komplett abgesägt. Da... So wie die ist die denn doch nicht. Ja, pass. Alter. Was ist dein Problem? Wirklich. Sorry, aber... Ist so ein bisschen... Wie gesagt... Ist nicht so toll. Ähm, ja. Äh, Angriff nochmal. So, gucken wir mal. Nein. Ach, nebenbei hier, äh... Ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Video gesagt. Ähm. Der kleine Fred, alter. Da ist er schon mittlerweile bei über 100k. Aber... Aber... Ich muss es einfach mal sagen. Es ist einfach... Cool. Also, der hat es verdient. Nicht so... Oh, naja. Aber... Mh... Nee. Der macht es cool. Also, Fred. Wenn du siehst... Daumen nach oben. Also, 100k ist mega fett. Mega fett. Mal sehen, wollen wir uns da mal sehen. Ne, beziehungsweise, wenn ich da irgendwann mal sein sollte, dann, äh, bist du irgendwie im Bereich... In der Mitte oder so. Aber ich weiß nicht, ob man mit... Mit COC... Ich meine, klar, Bekanntheitsgrad ist natürlich mega. Ähm. Ob man da wirklich mit COC aber auch so hoch kommt, dass man wirklich in diesen Millionenbereich kommt. Oh, geil. Wobei ich hier aber auch sagen muss, ganz ehrlich. Ähm. Er hat ja nichts. Da hätte er eigentlich so die Dings drin lassen. Aber egal, egal. Wir nehmen uns das natürlich mit. Klar. Zack, 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 zack. Und dann, äh, ist das cool. Da brauche ich auch gar nicht weiter gucken, glaube ich. Ähm. Natürlich gucke ich aber trotzdem. Ist ja wohl immer ganz klar. Nein, ihr rennt auch voll in eine falsche Richtung. Ähm. Da passiert aber gar nichts. Gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Ah, da passiert nichts. Das lohnt sich nicht. Ich verbrate da nicht irgendwie 50 Kobis nur für irgendwie 10 Dunkles. Das ist Quatsch. Typischer Fehler, der unterlaufen kann. Das kennt ihr alle. Ihr habt gedacht, ach naja, okay, hier, Truppen waren ja schon fertig. Und wie auch immer, Rathaus ist ja down und bla 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 und blub. Und dann denkst du dir, scheiße, das Rathaus ist ja noch gar nicht down. Und kennt ihr alle, alle. Ähm, nee, aber zum Glück hat man da natürlich wieder was. So, jetzt muss ich mal... Hm. Ob dir sowas gefällt. Ja, cool. Ähm. Weil ich bin am überlegen, mein Bruder ist professionell im Modellbaugeschäft tätig und ich, ja, ich hab mich da so ein bisschen... Ich hatte gestern Abend dann Langeweile einfach und dachte mir, ach, eigentlich wäre ja so ein funkferngesteuerter Buggy doch nochmal cool. Ich weiß das noch, das hatte der irgendwie als er, was weiß ich, 14 war oder sowas. Aber, ähm, da... Ja, da war das mir irgendwie noch nicht so ganz was. Also klar war das natürlich cool und wie auch immer, aber ich hab da irgendwie nicht so ganz durchgesehen. Aber, das hat sich jetzt geändert. Mal schauen, wäre vielleicht was Cooles. Und natürlich auch für meine Tochter, dass man eben was zum Fahren hat. Das ist cool. Das ist, äh, Burner-mäßig. So, alles aus der Riesen. Ja. Ja. So, zack, zack, weiter geht's. Und ich skipp euch mal wieder. Haut mal rein. Ja, soviel zum Thema reinhauen. Gleich der danach. Ich hoffe, ihr ist nicht hier Tesla-mäßig und wie auch immer hier übelster Shit oder sowas. Bomben. Ähm, sondern einfach nur, ja, hier, ihr schenkt mir das Rathaus. Ganz genau, so sieht's aus. So möchte ich das haben. Äh, sonst hätte ich da auch ganz schnell ganz alt ausgesehen. Ja, Tellereisen ist in Ordnung, aber mein... Das Rathaus ist gesnackt. Äh, und dann passt das. Ach, kommt, Leute. What the fuck. Ich weiß, es ist noch nicht viel, aber hier, komm. Das Dunkle wollten wir nochmal mitnehmen. Weil, es ist ja so, es ist nicht nur einfach so, oh, ich will Pokimäßig nach da. Nicht in der Nase bohren, sondern da hoch. Und, äh, es geht mir wirklich knallhart nicht darum, Pokis um jeden Preis nach oben, sondern es hat folgenden Hintergrund. Und es geht natürlich um das Dunkle. Dunkle, dunkle, dunkles Elixir. Und, äh, da seht ihr heute natürlich auch wieder, hat der Guzoa wieder irgendwie an einem Tag? Ich glaube, es ist ein Tag oder zwei Tage oder was auch immer. Ist noch nicht lange her, äh, wieder 12.000 Dunkles. Ähm, weil ich denke... Achso, ja, es kam noch eine Anfrage von wegen, äh, wäre cool, dass ich nochmal einen Angriff machen würde. Und zwar, äh, Witches. Ähm, und ich würde vorher gerne Folgendes machen. Ich habe hier ja den... Genau, mir gefällt es, wenn ich euch das immer mal so zeigen kann. Ihr seht ja hier jetzt, was da so los ist. Ähm, was da so geht, was da nicht geht. Also, ich könnte ja noch hier den, äh, Mauerbrecher noch upgraden. Aber, ähm, was mir so ganz spontan zu sagen würde, wären ja einfach mal die 75.000 für die Hexe. Muss ich ja einfach mal so sagen. Weil, ja, einfach mal so. Und damit möchte ich das Video eigentlich schließen für jetzt. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.